Liebe Hürden und Hürden, meine Damen und Herren, das war die heutige Deutschsprache Bündnungen von Stimme Koreas aus der Demokratischen Volksrepublik Koreas. Unsere Bündnungen in europäischer Richtung werden von 1 bis 2 Uhr der Pynau-Zeit, 17 bis 17 Uhr UTC, von 3 bis 4 Uhr der Pynau-Zeit, 18 bis 19 Uhr UTC und von 4 bis 5 Uhr der Pynau-Zeit, 19 bis 20 Uhr UTC, auf Kurzwelle 9.425 kHz und 5.015 kHz ausgestrahlt. Hürden und Hürden und Hürden und Hürden.